Die Frage ist ja erstmal vielleicht auch, was ist eigentlich ein Gefühl? Also was ist eigentlich ein Gefühl? Vielleicht auch im Unterschied zu einer Emotion und ein Gefühl, das kann man eigentlich so sagen, dass das die mentale Repräsentation von Emotionen ist. Also das heißt, mir wird eigentlich bewusst, was ich, ich sage jetzt einfach mal, also eine Emotion ist ja nur was, was kurzfristig vielleicht mal ein kurzer biophysischer Prozess, der ganz kurz im Gehirn letztendlich entsteht, weil bestimmte Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Und die entstehen ja, da werden ausgeschüttet, weil ich zu einem bestimmten, ich sage jetzt mal vielleicht nicht nur Wert, sondern zu einem bestimmten Wort, erstmal ist es ja nur ein Wort, also Liebe ist ja die Buchstaben, die aneinandergereiht sind. Und jetzt gebe ich dem Ganzen eine Bedeutung. Und diese Bedeutung, die ich dem Ganzen gebe, die sorgt ja dafür, naja, welche, vielleicht auch welcher Hormoncocktail wird denn da oben zum Beispiel jetzt mit ausgeschüttet. Also dass es zum Beispiel dann zu einer Oxytocin-Ausschüttung kommt im Gehirn.